Mh, sieht aber auch lecker aus. Probieren? Entschuldigen Sie bitte, aber hier ist leider Raucher. Oh, Entschuldigung, das haben wir gar nicht gesehen. Kein Problem. Wir wollten übrigens auch schon was sagen, also ein bisschen Rücksicht wäre nicht schlecht. Wie gesagt, wir haben nicht gesehen, dass hier Raucher ist. Hängt aber eigentlich da ein Riesenschild. Sorry, wir sind zum ersten Mal hier. Ja, hätten Sie denn vielleicht eine Zigarette für uns, beziehungsweise zwei? Das wäre super nett. Super, da haben wir es ja. Wissen Sie, mir persönlich wäre es ja egal, aber wir müssen halt ein bisschen Rücksicht auf die anderen Käste nehmen. Nein, natürlich, völlig richtig. Würde es Sie stören, wenn wir essen, während Sie hier rauchen? Entschuldigung, hätten Sie mal kurz Salz? Danke.